Hey, wo erwartet ihr? Jederzeit bereit. Was ist zu tun? Allzeit bereit. Hey, wo erwartet ihr? Ich spüre die Kraft. Natürlich. Nächste Aufgabe. Geht's los? Ich kann es sehen. Was kannst du sehen? Ich weiß es nicht. Macht euch bereit. Okay. Stets bereit. Achtung, alle Sicherheitskräfte in der Laufzeit. Macht euch bereit. Wenn's sein muss. Ich komme. Sicher. Raffiniert. Ich will kämpfen. Auf dem Weg. Ich lausche dem Wald. Hey, wo erwartet ihr? Ich will euch helfen. Oh. Ich will euch helfen. Ich glaube da. In mir wächst zu. Es ist mir eine Ehre. Wie ihr wünscht. So. Was für ein Spaß. Egal. Hauptsache ein Drachenpfand ist noch da. Und ich hoffe, der kann ihn jetzt auch schnell zerstören. Hier diesen Kanon. Ah, okay. So. Und du grattest die große Kanone. Kau genauso. Wo wartet ihr? Komm. Rock'n'Roll. Sieht so niedlich aus, wenn die das. Wenn die die riesige Kanone einfach diesen kleinen Schuss abgibt. Und ganz ehrlich, man kann das nur niedlich nennen. Da kommt Maschinenbruch. Still und heimlich. Still und heimlich. Was braucht ihr denn? Steigt ein. Alle Mann an Bord. Siegel gehisst. Siegel gesetzt. Gegen die Wellen. Ich habe eine Idee. Mehr als präzise. Ah ja. Mehr als präzise. Siegel gehisst. Ich habe eine Idee. Sie schuld sich gut an. Sie schuld sich gut an. Na, alles klar? Was für ein Spaß. Ich will kämpfen. Ich geh vor. Auf dem Weg. Die erste Kanone ist kaputt. Das ist die erste Ticke. Da kommt noch eine Sauri-Farm hin. Geht's los? Okay. Okay. Das war ein richtiger Fail. Fail. Was ist zu tun? Komm zur Sache. Ich komme. Was ist zu tun? Was ist zu tun? Ja. Gerne. Ja. Ja. Stina ist ja als erstes da. So ist sie jetzt schon. CBT. CBT. Na, alles klar? Ich weiß nur, ob Korul es schafft, da durchzukommen. Ohne, dass er von denen hier getötet wird. Okay. Der schafft. Platz da. Platz da. Okay. Okay. Sie dürfen nicht entkommen. Nächste Aufgabe. Auf dem Weg. Da lang. Nächste Aufgabe. Nächste Aufgabe. Nächste Aufgabe. Kein Problem. Komm zur Sache. Allzeit bereit. Lasst uns kämpfen. Lauf. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich will kämpfen. Was ist zu tun? Komm zur Sache. Mach ich. Ich komme. Schnell. Nächste Aufgabe. Allzeit bereit. Danke. Ja. Ich bin dabei. Lauf. Ich bin da. Wohnst du schon oder lebst du noch? Natürlich. Ich glaube. Was gibt's? Nächste Aufgabe. Das wird funktionieren. Lauf. Ja, bitte. Wohnst du noch oder lebst du schon? Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube. Ich verstehe nicht so ganz. Könnte aber so aus der Ikea-Werbung kommen. Steigt ein. Gegen die Welt. Wir fahren los. Gleiches. Lauf wie ein Blut. Ja, bitte. Eine Kluge. Ich finde den Weg. Eine Kluge. Wohl überlebt. Lauf. Stets. Komm zur Sache. Wobei. Genau das mache ich jetzt. Ich habe eine Idee. Was hast du vor? Aber ja. Jederzeit bereut. Jederzeit bereut. Ich bin da. Schnee. Schnee. Schon unterwegs. Ah, der geht. Ich habe das. Ich bin dabei. Was gibt's? Ich habe eine Idee. Das hört sich gut an. Ein klugelentscheidender. Ich bin dabei. Ich habe eine Idee. Komm zur Sache. Jederzeit bereut. Nächste Aufgabe. Was für ein Spaß. Wenn es sein muss. Nächste Aufgabe. Guter Gedanke. Das könnte funktionieren. Extra für dich. Gute Nacht. Warte. Das ist sicher. Mehr als präzise. Nächste Aufgabe. Was ist zufällig. Was hast du vor? Was ist zufällig. Was ist zufällig. Geschütze ich gut an. Nächste Aufgabe. Ja meine, schnell helfen. Geht weg. Der ist zu stark für euch. Nur Kaul könntest du mit ihm aufnehmen. Tausend. Die Ära Leighton hat endlich ein Ende. Wünschen wir ihm eine gute Reise ins Jenseits. Könnte ein echter Höllentrip werden. Ach Quatsch. Der würde sogar vor dem Teufel fliehen. Was für ein Spaß. Ach, wusste ich auch, dass die an sich schon ein Großteil meiner Einheiten sein Tod ist nach einem Schuss. Von dieser verdammten Kanone. Kaul kann einfach nichts tun. Da bin ich schlecht. Dass Kaul nichts tun kann. Was hast du vor? Kein Problem. Ruhig. Was für ein Spaß. Kein Problem. Stets bereit. So, da sind sie alle außer Reichen. Kein Problem. Geht's los? Ich will kämpfen. Ich geh vor. Platz da. Ah. Himmlisch, diese Ruhe. Da. 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 Okay. Leute, dann kann ich das noch so ein bisschen rausgezögert. Aber Rauszögerung sind doch auch was Schönes. Da. Da steigt ein Siegel gehisst. Wir fahren los. Wenn man so sagen kann. Wenn, dessen lese ich einfach über die App-Nachrichten. Die momentan immer bekomme. Ich habe hier auch so Rammsteine als Hintergrund von meinem Handy. Ah ja, genau. Okay. Hier oben erstmal noch an. Ich zerstöre hier den ganzen Scheiß. Hey, wo erwartet ihr? Ich geh vor. Rainow U-Boot erwartet Befehle. Rainow U-Boot erwartet Befehle. Rainow U-Boot erwartet Befehle. Vielen Dank. Rainow U-Boot erwartet Befehle. Rainow U-Boot erwartet Befehle. Rainow U-Boot erwartet Befehle. Topfledo-Rohr geladen. Das Dorf Pedoro-Rohr ist geladen. Rainow U-Boot erwartet Befehle. Schotten sind dicht. Torpedo-Rohr geladen. Zwischen 21.06 Uhr. Das ist 24,9 Grad im Monkzimmer. Bereit zum Abtauschen. Die Geschütztürme sehen, aber es ist nicht als produzierende Gebäude. Die muss ich nicht zerstören. Aber ich zerstöre die Gebäude da jetzt, damit sie einfach weg sind. Feuerschiff steht im Hafen. Kommandos? Die werden verglühen. Die werden verglühen. Torpedo-Rohr bereit. Schotten sind dicht. Periskop ausgefahren. Okay, ist das erste U-Rohr. Torpedo-Rohr geladen. Torpedo's bereit. Alle Mann an die Schotten. Die haben sie aber so mit ihren Schotten immer. Torpedo-Rohr bereit. Periskop ausgefahren. Alle Mann an die Schotten. Torpedo's bereit. Leicht entzündlich. Die werden verglühen. Okay. Ich hoffe mal, dass da unten keine Einheiten sind. Und dann steht da so ein Executor MK3 dran, den sie glaube ich mal gar nicht nennen. Den es gar nicht gibt. Ich habe Vergeltung immer noch nicht abgeschlossen. Was ist das? Na, alles klar? Ich mag das. Hier sind alle produzierenden Gebäude weg. Oh, da oben sind auch noch Trägerschiffe. Oh mein Gott. Was tut man nicht wegen sowas? Wobei ich spiele es verschleunigen. Wenn ich wissen, wie es im Video aussieht, ich mache es mal auf 3000. Ich will kämpfen. Ich gehe vor. Okay. 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 Allzeit bereit. Nichts. Kein Problem. Vielleicht ist es lustig. Geht's los? Und los. Sicher doch. Okay, dann gehen wir noch da unten. Mann, Mann. So, jetzt habe ich es so gesehen. Vierfach zu schnell. Vierfach zu schnell. Komm. Kann's kommen erwarten. Geht's los? Ich gehe vor. Super. Da lang. Macht euch bereit. Würde ich mal sagen. Die Höhe ist mir. Wenn es mal ein Löwe will. Ja, fortsetzen. Machtprobe. Mal gucken, was habe ich denn da noch so alles. Mammut. Kriegsmammut kann ich haben. Sonst wurde Gatling-Reiter. Ach ja, Tasselov hat man da ja gar nicht mehr. Oh, das ist schlecht. Sehr schlecht sogar. Hm. Nun ja. Aber ich würde sagen, an der Stelle mache ich schon eine kleine Pause. Und wir sehen uns jetzt dann sowieso das nächste Mal wieder. Also bewertet die Parts, je nachdem wie es euch gefallen haben. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls ein Abo da. Und natürlich Sun Bros. Praise the Sun. Jo. Und bis zum nächsten Mal.